Einen wunderbaren Start in die neue Woche und herzlich willkommen zu unseren heutigen Handelsbesprechungen im US-Dollar, japanischen Yen. Wir blicken auf den Nikkei und auf das Brand. Ich hatte ja vorige Woche auch erwähnt, wir haben jetzt hier als Trader die Möglichkeit auch das Brand zu traden hier im Desk. Und deswegen heute einmal eine Handelsidee im Brand. Jetzt haben wir zweimal Öl sozusagen drinnen. Das eröffnet nicht nur klassische Trading Chancen in die eine oder andere Richtung, sondern wir können hier, wer das Ganze auch in gewissen Strategien traden möchte, natürlich auch als Hedging Instrument benutzen. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr toll. Finde ich klasse, was bei Tickmill alles geht. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Und allen Zuschauern hier an dieser Stelle auch auf alle Fälle erst einmal einen wunderbaren guten Morgen und danke für die lieben Grüße. Der Risikohinweis vorab, Sie wissen es, der ist in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Bevisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Tja, schauen wir mal auf die Tagesnachrichten. Ganz so viel ist es heute nicht. Thema Brexit spielt immer mal so ein bisschen noch eine Rolle. Es gab ja ein paar in meinen Augen lustige Anekdoten zu dem Brief, die Johnson an die EU geschickt hat mit dem Thema Austritt, wo er aus Versehen nicht unterschrieben hat und dann einen anderen Brief ohne Austrittswunsch, den er dann unterschrieben hat. Also das Hin und Her geht weiter. Möglicherweise bekommt er ja das Ganze doch durchs Parlament. Lassen wir uns mal überraschen. Die Währung reagiert relativ cool. Warum? Ja, es gab ja jetzt keine schlechten Überraschungen. Also von der Seite her schauen wir mal, wie es da auf alle Fälle weitergeht. Tagesnachrichten heute auch relativ rar gesehen. Was wir sehen ist hier, dass wir aus Japan Zahlen bekommen haben. Die waren ziemlich enttäuschend. Wir haben die Exporte bekommen, wie wir es im Biespuk, beziehungsweise nicht im Biespuk, im KfW, im ZEW Konjunkturindex gelesen haben. Wir haben ja Freitag darüber gesprochen. Wer das Video noch nicht gesehen hat, kann gerne auf Facebook einfach mal nachschauen. Die Exporte gehen zurück. Das ist ein Problem, was Japan momentan hat. Das hängt in einigen Facetten natürlich mit der Weltwirtschaft zusammen, die etwas schrumpft. Und zum anderen natürlich auch mit China, weil China ist ein sehr, sehr wichtiger Handelspartner von Japan und deswegen hier die Exporte zurück. Die Handelsbilanz auch deutlich runtergegangen. Wir sehen es, die Prognose war eigentlich eine Zunahme. Aktuell hier ein Rückgang im Buch, das Ganze hier zu sehen. Die chinesische Notenbank hat sozusagen den Zinsentscheid bekannt gegeben. An der Zinsschraube wird nichts gedreht. Bitte nicht die Augen reiben. Hier steht wirklich eine 4,2%. Auch 8 Uhr haben wir aus Deutschland den Erzeugerpreisindex bekommen. Leichter Zuwachs plus 0,1%. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das so gut oder nicht so gut ist bei diesen kleinen Zahlen. Auf alle Fälle 1 ist positiv. Wir hatten im Vormonat einen Rückgang von 0,5. Jetzt hier eine Prognose von minus 0,1 gehabt und jetzt ein Ergebnis von plus 0,1%. Also da geht es ganz leicht nach oben. Was von der Lesweise hier eher etwas in Richtung Inflation geht, nur das sind natürlich Tropfen auf den Heisenstein. 20 Uhr gibt es dann heute noch den Haushaltssaldo aus den USA. Also wir sehen heute keine geplanten dramatischen Maßnahmen auf der Nachrichtenseite. Das heißt, die Märkte sind relativ sich selbst überlassen. Und das sind ja immer die schönen Zeiten, wo ganz einfach die normalen Marktmechanismen auch funktionieren. Und deswegen gucken wir gleich mal in die Charts hinein. Wie immer auch von meiner Seite her verbunden mit der Bitte, wer eine Frage hat, gerne den ein oder anderen Wunschmarkt rein. In die Chats hier auf Facebook oder aber auch auf GoToWebinar. Und dann geht es durch. Ich sehe gerade hier, wir haben schon einen Wunsch. Euro-britischer Fund. Ja, klar. Gucken wir uns an. Mache ich gerne, Ralf. Gut, gehen wir in die Charts, würde ich sagen. Nehmen wir hier Stereo-Trader und MT4 in Zusammenarbeit. Und wir starten mal mit dem Yen. Diesmal ausnahmsweise mal der Chart im Stundenrhythmus hier. Ich habe ja zum Sonntag, mache ich ja meinen Research immer für die FX-Märkte. Und in aller Ruhe sehen wir hier, was im US-Dollar-Yen so los ist. Wie schon gesagt, das ist mal der Stundenchart, den wir hier haben. Warum habe ich den Stundenchart genommen? Wir brauchen an der Stelle für das, was ich jetzt hier mit Ihnen oder euch besprechen möchte, einfach mal den Blick ins kleine Bild. Und die gesamte Trade-Planung bzw. die ganze Planung der Handelsidee läuft in diesem kleinen Rahmen ab. Das hangt damit zusammen, was der Tag macht. Und zwar haben wir hier im Tag ja Folgendes. Der Zoom hinein zeigt uns. Wir sind sozusagen hier auf Tagesbasis, sind wir schön nach oben gelaufen. Und das hier, was wir hier sehen, ist auch der große Verlauf, den wir in der Stunde gesehen haben. Und hier sehen wir jetzt schön die Bewegungen nach oben und die Korrektur, wie sie nach unten läuft. Und jetzt mache ich es mal ganz kurz noch etwas kleiner hier rein, weil wir sind hier oben verortet in einem Widerstand. Hier oben diese Marke um die, naja, was haben wir, 108, 7, 108, 8 in diesem Bereich rum. Das ist eine Ecke, wenn wir mal kurz noch in den Wochenchart reinschauen wollen. Der Markt kommt halt hier ganz schön runter und hier ist der letzte Trendverlauf nach unten. Und wenn wir dieses Level rauswuppen, dann haben wir durchaus die Chance, deutlich nach oben zu laufen. Das heißt, hier oben rein um die Marke von 112 Yen. Das ist interessant. Dazu brauchen wir allerdings die kleinen Sachen. Und deswegen gucken wir jetzt hier nochmal eben in den Tag rein und dann führe ich wieder zurück in die Stunde. Heißt also, wir haben jetzt hier im Tag selbstredend einen Markt, der nach oben trendet. Und dieser letzte Move, diesen Schub, den wir hier gehabt haben, der hat halt hier auf Tagesbasis nicht wirklich gut sichtbar getrendet, wie das hier der Fall gewesen ist, sondern die Stunde hat hier schön den Bewegungsarm gegeben. Und das ganze Teil läuft jetzt in die Korrektur hinein. Und das ist interessant. Und deswegen die Stunde, der Blick in der Stunde zeigt uns nämlich die Korrektur. Hier läuft schön trendförmig nach unten. Hier oben Doppeltop und hier sehen wir es. Wir haben jetzt hier fallende Tiefs und mittlerweile auch fallende Hochs. Das heißt, was wir hier an dieser Stelle jetzt haben, ich verlängere diesen Arm gleich mal noch ganz kurz. Wir haben jetzt hier im Yen einen laufenden Abwärtstrend, der die korrektive Phase bestimmt. Und wenn man mal überlegt, was sind denn Anlaufmarker für sowas? Ganz klar, wir haben hier zum einen das Korrekturtief, das nächste Korrekturtief um die Marke von 108, genauer gesagt 108,02. Das ist das Tief hier unten. Der Trend hat ohne weiteres das Potenzial nach unten zu laufen. Und das ist jetzt das Interessante an dieser Stelle. Wir laufen hier in die Korrektur rein. Und wie schon gesagt, der Trend hier ist intakt. Und solange wir nicht hier oben über die 108,72 drüber laufen, da bleibt der Korrekturtrend weiterhin intakt. Das heißt, Long-Szenarien aus trendtechnischer Richtung gehen erst dann wieder, sag ich mal, wenn man mit dem Trend im Rücken traden möchte, wenn wir hier oben drüber laufen. Ich meine, jetzt kann ja an der Stelle auch jeder Long gehen und hoffen, dass wir nach oben gehen. Die Möglichkeit besteht natürlich, aber eine klassische Signallage, wissen wir, es läuft ja alles in Trends, haben wir halt, wenn wir definitiv hier über dieses Level drüber laufen. Solange das noch nicht der Fall ist, haben wir hier einen nach oben laufenden Trend, also in der Korrektur. Und wenn es wieder rumdreht, dann haben wir die Fortsetzung, wie schon gesagt, nach unten hin. Wenn alles relativ stark und stabil bleibt, sollten wir über dieser Marke hier wieder drehen. Also diese 108,02 gar nicht erst verletzen, dann bleibt dieser Aufwärtstrend intakt. Dann haben wir jetzt hier eine schöne Korrektur gesehen, die wir auch auf Tagesbasis sehen. Und dann kann das durchaus mittelfristig wieder weiter nach oben laufen. Wenn es bricht, haben wir auf der Unterseite weitere Korrektur-Tiefs, also hier einmal um die 106,800, 106,65 und hier unten die knapp 106,49. Die Daten, die wir hier einfach aus diesem Aufwärtsschub rausnehmen können. Und wer jetzt hier ein bisschen im Kleinen traden möchte, sagt sich, gut, nehmen wir doch einfach mal die Stunde als Richtungsgeber. Was sehen wir in der Stunde? Wir sehen die Stunde als Korrektur laufen, heißt Stunde abwärts gerichtet und wir gucken jetzt in die 5 Minuten. Warum machen wir das? In den 5 Minuten sehen wir in hervorragender Manier die Trendverläufe. Hier auch nochmal kurz klein gesumt. Wir sehen es. Abwärtstrend, Gegenbewegung, Abwärtstrend. Und hier tut uns jetzt der Gefallen, der Markt den Gefallen und trendet hoch. Und wenn das Ganze wieder rumdreht, das heißt, wenn wir hier einen validen Abwärtstrend bekommen, leichten Ansatzschub haben wir ja schon bekommen, wobei das halt eher noch Bewegung ist. Hier die Korrektur, sind wir schon mal leicht runtergelaufen. Hier kommt es jetzt nicht hoch. Und hier in den 5 Minuten wird es jetzt wirklich interessant zu sehen, weil hier schaut es euch das mal an. Das funktioniert hier natürlich genauso. Also hier haben wir ein wichtiges Korrekturlevel in den 5 Minuten. Wir sehen es. Hier ist der Markt runtergetrendet, hat korrigiert, hat hier weitergetrendet. Hier an dieser Stelle ist dann dieser Abwärtstrend gebrochen worden. Der Markt geht hier höher. Hier an dieser Stelle haben wir einen Widerstandsbereich. Da gibt es natürlich auch noch ein paar mehr. Hier, wenn wir das Ganze mal nach oben noch anschauen, da haben wir den nächsten. Und dann, wie schon gesagt, hier diesen Bereich um die 108, 7, 2. Das sind Marker ohne weiteres nach oben anlaufbar. Aber hier, wir sind hier unten drunter schon durchgelaufen unter dieses Level. Das heißt, an dieser Stelle, wenn dieser Trend hier jetzt rausgenommen wird, durch einen Gegentrend, dann haben wir hier die Umkehr der Nachfrage. Das heißt, der Markt läuft wieder in die Gegenrichtung. Und das ist dann das Setup, dass man durchaus Chancen hat, wieder nach unten zu laufen. Und im kleinen Bereich bitte hier auch nicht gierig sein, sondern wirklich das als kleines Betrachten. Anlaufmarke haben wir da ein paar. Und zwar können wir da auch gut und gerne hier die Korrektur-Tieflevels nehmen. Das heißt hier, ich markiere es erst einmal, die Levels, die wir da haben, wo der Markt hat, einfach mal so kurz Aufgesetztes angehalten hat und diesen Swing nach oben rausgenommen hat. Das sind halt wichtige Marker. Und diese Marker haben wir hier unten noch liegen. Hier, wir sehen es. Ich nehme mal kurz das Fadenkreuz. Ganz grob die Ecke um die 108,37 und hier unten die 108,316. Das sind die Marker zur Unterseite hin, die wir im Kleinen liegen haben. Solange wie die korrektive Phase der Stunde hier weiter intakt ist und dann nach unten das Ganze weiterläuft. Also dann läuft es wieder in Richtung des Stundentrends. Das zum US-Dollar, Yen, Nummer 1. Nummer 2 schauen wir uns jetzt mal an. Den Nikkei. Haben wir auf der Uhr? Nikkei, feine Geschichte, die wir hier sehen. Schöner Aufwärtstrend. Schön nach oben gelaufen hier. Wichtige Marker rausgenommen. Das heißt, wir haben es ja schon gesehen, hier, als wir hier drüber gelaufen sind, haben wir die 22.200 Punkte Marke rausgenommen. Das ist ein Drehbereich gewesen, ein mittelfristig oder ein längerer Drehbereich. Das war ein wichtiger Faktor, auch psychologisch wichtige Marken. Aber was noch viel wichtiger ist, wir haben hier diese Marke oben rausgenommen, 22.490. Und was wir hier jetzt im größeren Bild sehen, ist dann natürlich ein Trend, der nach oben läuft. Also im größeren Bild gemeint, heißt hier, wir haben jetzt hier tatsächlich die Chance, weiter nach oben zu laufen. Und da ist es jetzt halt interessant, mit Blick auch in das etwas kleinere Bild, kleiner damit meine ich halt diesen nach oben trendenden Markt. Hier haben wir jetzt die korrektive Phase. Und diese korrektive Phase, die gucken wir uns jetzt mal etwas genauer an. Das heißt, seitdem wir hier oben reingelaufen sind, bis kurz unter diesem Widerstand, hier bei 22.850 Zählern, da läuft der Markt so ein bisschen seitwärts. Das wichtige Marker hier, die überschritten bzw. unterschritten werden müssen, damit wir eine gute Ausrichtung bekommen, wären einmal das Top hier oben bei 22.690 Zählern. Oder aber auch hier unten, das Tief dieser mehr oder weniger seitwärts laufenden Phase bei 22.470 Zählern. Also oben und unten, also oben knapp 22.7 und unten knapp 22.4. Diese Marker müssen wir auf der Uhr haben und da wird es entscheidend. Wie schon gesagt, wir haben hier eine Range. Ohne Probleme kann der Markt hin und her schwanken. Das ist für die Range Trading Spezialisten eine gute, interessante Geschichte. Das heißt, von hier oben, da ist es ja immer zu teuer geworden. Da hat der Markt wieder zurückverkauft und geht hier ins sozusagen Median zurück. Und unten war es zu billig und dann ist auch wieder ins Median zurückgegangen. Also ganz normales Verhalten während so einer seitwärts laufenden Phase. Aber kriegen wir hier oben Stärke rein, heißt das, dann geht der ganze Verlauf, der jetzt über die Seite korrigiert, nach oben weiter, bricht es unten drunter, dann geht es etwas tiefer in die Korrektur. Und wenn wir tiefer in die Korrektur gehen, bevor wir uns über die Long-Seite kümmern, schauen wir mal kurz hier. Also Kurse unter diesem Level hier, unter 22.4, sprechen eher aus technischer Sicht für eine Ausdehnung der Korrektur durch die Unterseite. Nächster Anlaufpunkt wäre das naheliegende Ausbruchslevel hier erst einmal, um die 22.258. Und wenn wir dann weiter nach unten schauen, dann sehen wir hier im Aufwärtstrendverlauf, was wir in der Stunde sehen, hier unten diese Marke um die 21.884. Beziehungsweise hier unten dieses leichte Schwunglevel um die 21.330. Weiter dann natürlich noch das Trend tief. Und wie schon gesagt, bevor wir uns jetzt die Long-Seite anschauen, gucken wir noch kurz in die Stunde. Um die Short-Setups mit zu traden und in der Stunde sehen wir halt, das ist wirklich einfach nur der Seitwärtslauf, den wir hier oben seit einer ganzen Weile haben. Mit dem Deckel oben drauf und dem Boden unten drunter. Und wie schon gesagt, wenn das Ganze wegbricht, dann haben wir halt ganz klassische Korrekturlevel. Hier sehen wir den Aufwärtsschwungverlauf nach oben hin und da haben wir halt die Trend tiefs liegen. Und hier haben wir es halt bei 21.884. Und hier schaut es, das ist ein Dreifachboden, der hier bei 21.330 unten liegt. Diese Marker sind durchaus relevant als Pivot-Level, wenn der Markt aus der Korrektur wieder nach oben drehen sollte. Und wer die Korrektur handeln möchte, hat dort halt auch Anlaufpunkte, wo er weiß, dort könnte im Markt möglicherweise was passieren. So, jetzt gehen wir aber nochmal zurück auf den Tagesschat, den haben wir hier und da sehen wir nämlich, brechen wir tatsächlich oben drüber. Das heißt, setzt sich dieser Stundentrend nach einer hohen Flagge fort. Dann haben wir die nächste Chance hier, diesen Widerstandsbereich bei 22.850 erst einmal anzulaufen. Und wenn er überbrochen wird, ja, dann haben wir gute Chancen hier oben reinzulaufen in diesen Bereich um die 24.476. Und dazu muss ich jetzt nochmal was sagen, ich habe es geschrieben und was ich da geschrieben habe, war falsch. Danke für jemanden, der mich in der Facebook-Gruppe darauf hingewiesen hat. Ich hatte geschrieben hier, wenn diese Marke um die 22.850 nach oben durchbrochen wird, haben wir gute Chancen auf Allzeithoch zu laufen. Natürlich, wir haben gute Chancen aufs Allzeithoch zu laufen, aber das, was wir hier sehen, liebe Traderinnen und Trader, ist nicht das Allzeithoch. Das Licht nehme ich viel, viel höher. Das heißt, festhalten bitte, das Allzeithoch im Nikkei liegt bei über 40.000 Punkten. Ich habe gestern dann, wo ich das gelesen habe, erst einmal mit dem Kopf geschüttelt und dachte, was? Ja, ich habe nachgeguckt und es ist richtig. Ich war damals einfach so jung, dass ich sowas nicht mitbekommen habe. Schaut euch das mal an. Hier ist der historische Chartverlauf von Nikkei und wir haben es tatsächlich gehabt Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Ich weiß gar nicht genau, wann es gewesen war, aber hier sehen wir es. Der historische Chartverlauf seit 1973 hier, der stand mal bei knapp unter 40.000 Punkten. So, jetzt wissen wir das auch. Das heißt, die Marke, die wir jetzt hier sehen, die hat keine Relevanz im Punkto Allzeithoch. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir jetzt da hinlaufen. Das wäre eine tolle Performance, die wir haben könnten. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir uns das mal anschauen, auch im Langfrist-Chart ist halt diese Marke, die wir mittlerweile besprochen haben, was relevant ist. Und wenn man dann auch mal noch in die langfristige Geschichte schaut, der hat schon auch noch ein bisschen Potenzial zur Oberseite hin. Wie schon gesagt, da ist noch lange Platz bis dahin, ja. Aber wir wissen es jetzt, da habe ich was Falsches geschrieben. Das werde ich hiermit sozusagen auch noch richtig stellen. Also, das zum Nikkei und damit würde ich sagen, gehen wir weiter in den Währungen und zwar, nein, nicht in den Währungen, wir schauen jetzt auf den Brand. Hier rein, ziehe ich es mal rüber, kurzen Augenblick. Ich muss jetzt noch kurz überlegen, in welchem Chart ich die Zeichnung gemacht habe. Ich habe es hier in diesem Chart gemacht. Genau, da sehen wir alles, was wir sehen wollen. Und was wir sehen, ist in meinen Augen relativ interessant. Heißt also, wir sehen hier oben Widerstandslevel, beziehungsweise, ja, jetzt fehlt mir hier eine kleine Marker, den mache ich nochmal ganz kurz rein. Also, hier in diesem Bereich um die 69 Dollar in etwa hier oben. Das ist ein Widerstandslevel. Und wir sehen es auch, wir sind mit ordentlich Schmackes da oben reingegeppt. Das war die Nachrichtenlage mit Syrien. Was Syrien kommt, ist egal. Es war eine Nachrichtenlage an dieser Stelle, die sozusagen den Angriff auf diese Ölproduktionsanlage gemacht haben. Da schoss der Preis nach oben, danach liefert deutlich nach unten. Wir sehen auch hier die starke, starke Abwärtsdynamik nach unten hin, die wir dann hatten. Und der Markt kam auch hier zum Stehen bei, im Tief hier unten bei 56,66. Und seitdem trendet der Markt hier so ein bisschen was nach oben. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal Level anschauen, wo die Korrektur ohne weiteres auch hingehen kann, dann haben wir erstmal hier oben dieses Zwischenhoch bei 61,06. Das ist ja auch übrigens eine wichtige Marke, wenn es weiter nach oben gehen soll. Also in diesem Kontext hier, hier müssen wir drüber laufen, damit wir die Korrektur in der Ausdehnung bekommen. Wenn sich die Korrektur ausdehnt an sich, dann haben wir als nächsten Anlaufpunkt dann hier dieses Ausbruchslevel, als sich dieser Trend hier gebildet hat. Das ist die Marke von 63,21. Und dann haben wir hier noch das Zwischenhoch bei 65,69. Also es ist durchaus etwas Potenzial auf der Korrekturseite da. Und wir sehen es ja auch, dieser Trendkanal, der hier läuft, der Markt läuft halt auch noch weiter mit nach oben. Ausbruch durch die Unterseite wäre dann natürlich die Signallage für die Unterseite. Da müssen wir dann schauen, wie es weiter geht. Nach unten haben wir Potenzial. Wir haben hier einen Auffangbereich. Wir sehen es, die Stunde gucken wir uns auch gleich mal an. Die hat hier bei um die Marke von 58 Dollar ein Auffanglevel gefunden, wo es immer wieder nach oben ging. Bricht das Ganze durch, wie schon gesagt, dann haben wir hier den Schub aus dieser Trendanlage oder aus diesem Trendkanal nach unten. Erstes Anlauflevel, wie schon gesagt, dieser Schwungbereich. Zweites Level, wenn es weiter short bleibt, hier das aktuelle Zwischentief bei 56,66. Und dann hier drüben das Tief vom August, vom 7.8. haben wir auch als Anlaufpunkt bei 55,83. Nach unten hin kann es natürlich noch auch weitergehen. Wir haben hier das Tief unten drinnen stehen vom Dezember letzten Jahres. Und das haben wir bei der Marke von, wo liegt es, 50,25. Also nach unten hin ist doch noch einiges am Potenzial da. Nur jetzt ist es natürlich interessant, was hier passiert. Und das sehen wir relativ gut im Stundenchart, wo wir sehen, hier schon, wie schon gesagt, dieses leichte Auffanglevel, was wir hier in diesem Bereich gehabt haben, um die Marke von 58 Dollar. Und hier sehen wir es jetzt, der Markt schlängelt sich so an der Linie oben lang. Also hier auch leicht trendig nach oben. Jetzt nichts, wo ich Juhu schreien würde, aber wir sehen es halt, es geht nach oben weiter. Und wie schon gesagt, wenn diese Dynamik nachlässt, also ein kurzfristiger Schub wäre quasi, ich skizziere es mal eben ganz kurz, wenn wir hier das Stückchen Aufwärtstrend mal mitnehmen, wo wir die steigenden Tiefs haben und die steigenden Hochs haben. Das wäre halt natürlich Schwungbereich hier. Das ist schon mal ein kleines Achtungsmerkmal, aber noch nichts Dramatisches. Aber wichtig ist halt, wenn wir hier unter dieses Level drunter laufen, also hier unter dieser Marke, dann ist das erstmal definitiv rausgenommen. Und das heißt halt, an dieser Stelle sollten wir uns dann eher zur Unterseite hin orientieren. Und so wie wir es jetzt sehen, wenn es jetzt auch gebrochen werden würde, würde es sich ja auch ein Abwärtstrend bilden, der dann federführend wieder in Richtung der Unterseite gehen würde. Also zwei wichtige Marker haben wir hier liegen, Korrekturausdehnung über die Oberseite, wenn wir hier über die 6106 drüber laufen, bricht es diesen laufenden Trend hier nach unten weg, diese Level weg, also Ausbruch aus der Unterseite, dann haben wir definitiv den Weg zur Unterseite. Den können wir dann anfassen und wie schon gesagt, im kurzfristigen Bereich hier auch etwas nach unten mitgehen. Also diese Marker sind die, die wir hier im Brand momentan auch mit sehen. So, dann schaue ich mal in die Fragefelder auf GoTo, sehe ich keine Fragen. Hier im Facebook hatten wir eurobritisches Fund, das gucken wir uns natürlich Rauch und Silber, wird da noch gefragt. Chlor, gucken wir uns Silber an und natürlich eurobritisches Fund. Wir starten mal mit eurobritischem Fund, hole ich gleich rein. Vielleicht erwische ich ja auch direkt den Chart, den wir schon mal besprochen hatten. So, jetzt haben wir hier, ist das eurobritischer Fund, jetzt muss ich erstmal mich ganz kurz orientieren, ob das wirklich eurobritischer Fund ist. Ist es, kurz einen Augenblick, das muss ich mal kurz hier, zack, so, jetzt haben wir es. So, hier sehen wir eurobritisches Fund und wir sehen auch hier, es passiert momentan einfach nichts. Wir haben zwar ein paar schwankungsreiche Tage hinter uns gehabt, aber so richtig vom Flex sind wir nicht gekommen, weil das Thema Brexit hier an dieser Stelle immer wieder Relevanz hat. Was wir sehen, ist natürlich der Abwärtstrend, der ist weiter intakt. Dieser Abwärtstrend steht in seiner weiten Bewegung und dieser Abwärtstrend hat natürlich auch noch weiteres Potenzial zur Unterseite. Das heißt, den nächsten Anlaufpunkt, den wir hier auf der Unterseite haben, ist definitiv erstmal hier die 0,84,900, dieser Low-Bereich hier unten. Bis dahin brauchen wir allerdings eine Marktentscheidung und das ist hier an dieser Stelle immer so ein bisschen tricky zu traden. Diese hohen Volatilitäten, die wir hier haben, sind wahrscheinlich besser zu traden im ganz kurzfristigen Bereich, weil wir einfach durch die politische Lage hier eine Tatsache haben, wo wir relativ schnell durch eine Nachricht mal in die ein oder andere Richtung doch sehr deutlich ausschlagen können. Und alles, was positiv oder negativ um das Thema Brexit kommt, wirkt sich dann hier entsprechend natürlich aus. Das heißt, alles, was den Markt sozusagen schwächt oder stärkt, heißt halt hier, es gibt mehr oder weniger britische Fund und demzufolge geht der Markt halt hier entsprechend entweder nach unten oder nach oben, je nachdem was kommt. Und alles das, was in Richtung geregelten Brexit geht, haben wir ja gesehen, macht den Fund stärker und das drückt das Ganze hier an dieser Stelle dann nach unten. Das heißt, wenn wir hier jetzt mal schauen, wir haben es ja hier unten gehabt, wir haben aktuell den Schwungbereich hier, in der Mitte treffen wir uns immer, da sind wir ja auch gerade wieder um die 86.2, 86.3. In diesem Bereich ist der Schwungbereich, Deckel oben, momentan, wo er nicht so richtig hinwollt, in den großen Ausladenden hier, den Support-Bereich um die 87.2 und hier unten haben wir aktuell das Low liegen hier in diesem Bereich und da schwankt der Markt so ein bisschen hin und her. Und wie schon gesagt, oben und unten haben wir eine leichte Begrenzung drin, wenn es deutlich nach unten geht, dann sehen wir das auch in den kleineren Zeiteinheiten, dann gibt es halt einen Ausbruch aus dieser Seitwärtsphase, die wir hier haben und das könnt ihr dann, entschuldigt, die Dynamik nach unten verdeutlichen. Das heißt, auch hier mit Blick auf das, was trendig ist, heißt halt in dieser Situation, wir müssen schauen, trendig ist ja Oberseite gegeben, der Markt nach unten, also der Tag ist ja short gerichtet. Und wenn so eine Range hier die Seitwärtskorrektur darstellt, dann wäre der Durchbruch durch die Unterseite eher zu präferieren als Trendfortsetzungsausbruch, also hier sozusagen eine tiefe Flagge, der tiefe Seitwärtsverlauf und dann eher auf der Unterseite zu bauen. Dann bricht es oben aus, also wenn wir tatsächlich hier diesen Schub, den wir hier oben begrenzt haben, nach oben durchlaufen, dann haben wir Chancen in die Korrektur zu gehen, heißt also, dann haben wir tatsächlich auch Anlauflevel auf der Oberseite. Ich nehme mal ganz kurz was nach unten, das heißt, Marker, die wir hier dann hätten, wären im kurzfristigen Bereich hier die 0,88,1, beziehungsweise hier oben haben wir dann den nächsten leichten Anlaufbereich hier in diesem Bereich um die 0,88,6. Die Marker, die wir hier also haben, das wäre dann eine Ausdehnung sozusagen weg von der Zeitleiste hin in die Preisleiste zur Oberseite oder aber direkt dann die Fortsetzung zur Unterseite hin. Das ist das hier, das ist was wir im großen Bild beim brutischen Fund mit sehen und dann schauen wir uns nochmal ganz kurz Silber an. So, Silber, da habe ich ja persönlich auch einen Trade am Laufen, der will aber nicht so richtig aus dem Knick kommen. Ich muss mal kurz schauen, naja, ich glaube, ich hatte den Trade am Laufen, ich habe den natürlich im Risiko auch nachgezogen. Silber will momentan nicht so richtig nach unten, heißt also hier an dieser Stelle, wir haben zwar die Dynamik immer noch von der Oberseite nach unten hin laufen, aber hier an dieser Stelle sind wir halt, ja, in diesem, wie ich es gezeichnet habe, hier hatten die untere Kante bei 17,28 und der Deckel oben drauf bei ungefähr 17,95. Das sind mal so die Marker vom Seitwärtslauf, so richtig kommt der Markt hier nicht vom Fleck. Wir haben es ja gesehen, wir hatten das Handelsset-Up auch besprochen, als der Ausbruch hier unten rauskam, wurde diese Seitwärtsphase erstmal so ein bisschen was nach unten aufgelöst. Jetzt läuft der Markt wieder nach oben. Wichtiger Fakt, den wir jetzt besprechen müssen an dieser Stelle, wir haben weiterhin den Seitwärtslauf. Wir haben hier oben die Begrenzung bei knapp 17,95, unten den Boden bei 17, ungefähr 28 drinnen. Dieses Hin- und Hergeschwinge geht hier weiter. Fakt ist eins, wir müssen oben drüber laufen, damit wir nachhaltig wieder in Richtung dieser 18,7 laufen können, also 18,70 für die Feinunze. Brechen wir unten drunter, dann das Ganze hier Richtung 16,90, was das Trendtief ist. Das ist mal das, was wir hier im etwas größeren Bild sehen. Und diejenigen, die das allerdings im kleineren Traden möchten, die schauen sich das Ganze gerne hier auch in der Stunde an. Die Stunde ist nämlich mittlerweile, wir sehen es hier, wieder aufwärts gerichtet. Jetzt haben wir hier eine Abverkaufskerze, aber dieser kleine Aufwärtsverlauf, sowas gibt sich dann halt, wenn es unten tatsächlich nicht dazu kommt, dass der Markt durchbricht, dann können wir das als Richtungsgeber nehmen. Wir müssen halt wirklich einfach nur aufpassen, dass wir hier tatsächlich diese Seitwärtsphase sehen. Jetzt sind wir hier über dieses größere Bild, was ich in blau gezeichnet habe, oben über die Hochs drüber gelaufen. Und wenn hier wieder Stärke reinkommt aus der Korrektur, dann haben wir durchaus die Chance, wieder zur Oberseite hin ein Stück weit zu laufen. Und das heißt hier an dieser Seite, wenn wir mal das größere Bild nehmen, hier hat ja der Aufwärtsschwung angefangen. Hier oben hat er geendet, dann kam die Korrektur in diesen Bereich rein und dann läuft der Markt, hat jetzt weiter in Richtung dieser Aufwärtsdynamik nach oben rein. Und das ist hier, jetzt mach mal dich hier oben hin. Naja, gut. Also ich hoffe, man sieht, wo ich hin will. Ich meine natürlich diesen Punkt hier oben. Und dann, wenn das Ganze weiter hier nach oben sich im Fortlauf festsetzt, dann gehen wir halt hier oben drauf auf diese 17,95. Wir haben hier drüben auch noch ein paar Anlaufmarker stehen, die durchaus eine Rolle spielen könnten. Und die kleineren Zeiteinheiten, hier beispielsweise auch die 5 Minuten, die zeigen uns sehr, sehr schön an, wie der Markt nach oben gelaufen ist. Also hier die letzte Bewegung sozusagen. Hier Bewegung, Korrektur, Schub nach oben. Und wenn das Ganze jetzt etwas nach unten trendet, ist das die korrektive Phase. Anlauflevel hier, der erste Punkt sozusagen im kleineren, wäre mal dieser Ausbruch hier um die knapp 17,60. Das wäre ein Drehpunkt. Und wenn die 5 Minuten dann wieder nach oben rumdrehen, dann haben wir halt wieder den Richtungslauf in die Stunde. Die ist momentan klein aufwärts gerichtet. Und das wäre dann ein Setup, was man durchaus aus den kleinen Zeiteinheiten nach oben mit traden könnte. Das ist der Chart in den Silber. Was haben wir noch? US-Dollar, Kan-Dollar wäre interessant nach dem Ausbruch nach unten aus der Seitwärtsrange im Stunden-Shot. Tom, klar, gucken wir uns gleich an. US-Dollar, Kan-Dollar holen wir auch gleich rüber. Stunde, packen wir mal rein hier. Und dann US-Dollar, Kan-Dollar haben wir hier oben liegen. So, hier hervorragend. Schöne Seitwärtsrange gehabt, genau im Stundenbild. Ich mache mal ganz kurz das Ganze noch klein und gehe noch mal ganz schnell auf den Tagesschat drauf. Nur, um hier mal zu schauen, was wir noch an Potenzial zur Unterseite haben. Weil diese Seitwärtsrange, die wir in der Stunde gesehen haben, die hat natürlich auch eine Relevanz im Tagesschat, weil wir haben diesen Trade ja hier an dieser Stelle auch besprochen. Hier oben hatten wir ein Widerstandslevel, wo der Markt definitiv nicht reingekommen ist, sondern hat er hier mehrfach top gemacht, auch noch ein tieferes als hier drüben. Das heißt, das zeigte uns schon die Abwärtsdynamik und dann diesen massiven Schub nach unten. Und wir hatten hier den ersten Drehbereich, den ersten Bodenbereich hier an diesem Zwischentrend tief gehabt, also an diesem Zwischenschub hier, in diesem Unterstützungsbereich um die 1,31,4. Und da sind wir halt auch durchgelaufen. Das heißt, wir haben jetzt hier auch einen nach unten trendenden Markt auf Tagesbasis. Und was wir hier an dieser Stelle jetzt sehen, ist halt, dass der Tag auch ein ganzes Stückchen in den Arm reingelaufen ist. Das heißt, an dieser Stelle wäre es auch nicht ungewöhnlich, dass wir halt einen Rückschnapper sehen. Der ist jetzt hier am Freitag aber definitiv nicht gekommen. Heißt an dieser Stelle, wir haben den Ausbruch aus dieser kleinen Range nach unten gehabt im Stundenschart. Wenn man das Ganze mal auf Tagesbasis ausschaut, wir kommen hier allerdings noch nicht so richtig vom Fleck. Nur wir haben nach unten hin definitiv Potenziale. Das heißt hier, wir haben hier ein kleines Spike-Low liegen bei 1,31,052. Aber das größere Bild gibt uns halt hier unten als Anlaufmarke mal das Tief, was wir hier unten gehabt haben im Juli bei 1,30, 1,58. Das ist das Potenzial, was hier im Tagesschat ohne weiteres mit drin ist. So, das mal das große Bild erklärt. Aber jetzt gehen wir nochmal in die Stunde rein. Und in der Stunde haben wir jetzt sozusagen hier die letzte Bewegung gehabt. Die lief hier nach unten. Hier hatten wir eine lange Zeit ein Verharren innerhalb dieser Range. Dann kam der Ausbruch und jetzt kommt es halt wirklich darauf an, wie es weitergeht. Weil, wenn wir mal diesen Trendverlauf hier nach unten sehen, dann müssen wir einfach mal konstatieren, wir haben hier die Seitwärts-Range gehabt mit dem Hoch nach oben hin. So, und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, das kommt nochmal ein kleines Stückchen näher hier rein. Wenn wir uns diesen Verlauf nach unten ansehen, dann haben wir hier den Schub nach unten gehabt. Hier, das war so ein bisschen Innenstabspiel. Dann, das spielt jetzt allerdings für hier keine Rolle. Also man kann hier im Kleinen natürlich auch noch diesen Ruck mitmachen. Aber wir sind ja jetzt hier in diesem Bereich hier unten. Da haben wir hier oben sozusagen das Korrektur hoch gehabt. Es war halt eine Seitwärts-Range, wo der Deckel drauf war. Und hier den ganzen Weg nach unten. Und das ist jetzt eine Sache, die jetzt ganz wichtig ist. Die wir sehen, ob es zu einer Korrektur kommt. Also ob dieser Unterstützungsbereich hier tatsächlich so viel Kraft aufweist, dass der Markt hier nach oben schnäppst. Und wenn er das tut, wie schon gesagt, Anlaufbereiche haben wir ja. Das ist die Marke hier oben. Wenn wir hier über dieses Level drüber laufen, hier oben drüber, also über dieses Hoch, dann ist es technisch erst einmal so, dass dieser Bewegungstrend rausgenommen wurde und wir dann die Wahrscheinlichkeit eher in die korrektive Phase haben und uns nach oben orientieren müssen. Das, wie schon gesagt, im kleinen Bereich. Mit Blick auf den Tag wäre das sehr gesund, auch völlig normal und auch nichts, was Mike Seydels persönliches Setup hier gefährden würde. Weil wenn ich mir das Ganze hier anschaue, wir haben ja die Stunde sozusagen und den Tag als Richtung. Im großen Bild ist das ja dann nur die Bewegung, die zu Ende geht. Hier der Abwärtstrend, der läuft ja hier. So, das ist mal dieser Fakt. Und das ist halt wichtig hier zu sehen. Da oben dürfen wir nicht drüber. Weil dann wird das größere Bild hier kaputt gemacht. Und spätestens dort, sage ich mal, hat die Short-Situation nichts zu suchen. Das, was wir hier sehen, ist, wie schon gesagt, der letzte Bewegungsverlauf auf Tagesbasis. Und deswegen ist das jetzt wichtig zu sehen, was hier passiert. Wie schon gesagt, aktuell alles easy peasy, alles intakt. Diese Marke hier oben am Hoch ist entscheidend. Und wir haben jetzt halt wirklich das Potenzial, weiter nach unten zu laufen. Der Markt muss hier nur irgendwann mal aus dem Knick kommen und sich definitiv hiervon lösen. Und wir wissen ja, das sind immer wichtige Bereiche, wo der Markt ein bisschen braucht. Aber wenn er hier oben ranläuft und nach unten abprallt, das wäre dann schön zu sehen. Das wäre eine schöne bärische Bestätigung. Und dann sind wir halt relativ gut, hier unterwegs nach unten hin mitzulaufen und das Spike Low mitzunehmen. Beziehungsweise uns dann Stück für Stück entsprechend auch nach unten zu orientieren. So, das hätten wir da. Tom, sehr, sehr gern geschehen. Und damit sind wir kurz nach neun. Danke für die Zeit. Hier heute Morgen weitere Fragen sehe ich an dieser Stelle nicht. Das heißt, bleibt mir nichts anderes über, als allen gute Trades zu wünschen und zu sagen, wir sehen uns morgen wieder 8.30 Uhr pünktlich hier zur Live-Besprechung der Märkte. Ein paar Handelsideen, gerne auch die ein oder andere Frage zu beantworten. Und damit Tschüss und bis morgen. Bye, bye. Bye, bye.